Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal dem pyramidalen Aufbau eines Dramas nach Gustav Freitag. Viel Spaß beim Video und... Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch nochmal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Let's go! Ja, es freut uns wieder riesig, dass ihr hier bei dem Video eingeschaltet habt. Heute widmen wir uns, wie gesagt, einmal kurz dem pyramidalen Dramenaufbau nach Gustav Freitag. Ganz besonders wichtig, guckt mal, wie Gustav Freitag geschrieben wird, bevor ihr das in einer Klausur anwendet. Das schon mal als Tipp vorweg. Ansonsten beziehen wir uns hier auf das Modell, was er 1863 erfunden hat, beziehungsweise beschrieben hat und werden das Ganze im Nachhinein nochmal auf ein Video der gelehrten Tragödie beziehen. Das heißt, wenn ihr euch da für die konkrete Anwendung auf Faust 1 interessiert, bleibt da einfach an dem Video dran. Dementsprechend gibt es hier heute zwei Videos und da würde ich sagen, let's go mit dem Video. Wir starten zunächst mit dem ersten Akt, den er beschrieben hat und das ist die Exposition. Man kann das Ganze sozusagen als Einleitung verstehen. Wir haben hier den ersten Teil der Pyramide. Die ist sozusagen das Fundament. In dem pyramidalen Aufbau hat man sozusagen hier die Vorstellung der Charaktere, die Vorstellung der Szenerie und wir sehen außerdem, wie das Stück aufgebaut wird, beziehungsweise wie das eigentliche Drama aufgebaut wird. Wir haben allerdings noch keine Dramatisierung. Diese Dramatisierung kommt dann im zweiten Akt. Das ist ja als Mittelakt bis zum Höhepunkt dann sozusagen zu verstehen, auch dementsprechend auf der Pyramide einzuordnen. Dort haben wir dann die steigende Handlung, die auch das erregende Moment genannt werden kann. Und ich denke mal, man kann sich das hier schon ganz gut ableiten. Zunächst wird ja die Exposition vorgestellt, wie die Charakter sind, wie das Drama sozusagen aufgebaut sein wird. Und dann in dem zweiten Akt findet dann eben die entscheidende Situation statt. Es werden erste Vorstellungen der Charaktere gemacht. Die Probleme der Charaktere wurden aufgezeigt. Und letztendlich findet dort die Dramatisierung statt. Es passiert ein Kernereignis, wo der sogenannte Rezipient, beziehungsweise einfach der Zuschauer, sehen kann, welche Probleme das Drama aufzeigt, beziehungsweise welche Probleme das Drama behandelt. Und dementsprechend kommen hier sozusagen erste Kernprobleme, Kernaussagen hervor. Im dritten Akt, und das ist jetzt der Höhepunkt, also die Spitze des Dreiecks, haben wir dann den Wendepunkt, den Höhepunkt, beziehungsweise die Peripetie, geschrieben P-E-R-I-P-E-T-I. Und das Ganze beschreibt sozusagen den wichtigsten Punkt innerhalb eines Dramas, könnte man fast sagen. Denn nachdem die Probleme aufgestellt werden, findet sich hier innerhalb eines Dramas sozusagen schon bereits der zentrale Wendepunkt. Es passiert ein besonders großes Ereignis, wie sich das natürlich in nahezu jedem Drama finden lässt. Dementsprechend, das erregende Moment wird hier nochmal gesteigert und der Hauptcharakter erlebt einen besonders tragischen Moment, beziehungsweise auch einen besonders glücklichen Moment. Das kann man eben auf ganz verschiedene Sachen beziehen, die sicherlich nicht nur im Drama zu finden sind, sondern selbstverständlich auch in weiteren Werkformen. Dementsprechend der Höhepunkt ein ganz zentraler Punkt, den wir hier von Götter Freitag beschrieben bekommen haben. Dann im Folgenden haben wir die fallende Handlung, das ist der vierte Akt, der dann ja sozusagen sich schon ein bisschen wieder dem Ende hinneigt. Wir haben eine abnahmende Spannung, dementsprechend haben wir hier das retardierende Moment, also das Momentum, was so ein bisschen zurückgeht. Alles wird so ein bisschen zurückgestuft. Eine Lösung ist so langsam in Aussicht, beziehungsweise bei einem Drama haben wir ja die Katastrophe, die in Aussicht gestellt wird. Und das ist hier eben zentraler Bestandteil des retardierenden Moments. Und somit kann man auch fassen, dass hier sozusagen bereits erste Lösungsvorschläge vorgegeben werden. Es deutet sich bereits an, wohin der jeweilige Hauptcharakter sozusagen hingeht. Man ist sich allerdings noch nicht final sicher, was es dann sein wird, beziehungsweise wie die finale Lösung dann aussehen wird. Das ist erst der Fall in dem fünften Akt, der Katastrophe, ganz typisch fürs Drama, ein tragischer Ausgang. Wir haben das zum Beispiel, wenn wir das jetzt auf Faust 1 beziehen, in der Kerker-Szene. Das heißt, dort haben wir ja Faust, der mit Gretchen sozusagen ein letztes Mal verhandelt. Er möchte sie wieder zu sich bewegen. Gretchen lehnt allerdings ab und das Ganze endet sozusagen in der Katastrophe. Dementsprechend ein ganz klassischer Aufbau hier, jetzt bezogen auf die Gretchen-Tragödie. Wie gesagt, gleich beziehen wir das Ganze nochmal auf die gelehrten Tragödie. Das ist eben ganz entscheidend, wenn wir uns den fünften Akt angucken, dass hier sozusagen jegliche Spannung abgebaut wird. Es wird eine Lösung vorgegeben. Die muss natürlich nicht positiv sein, sondern ist im Drama meistens eben tragisch. Deswegen ja auch Drama. Das Ganze lässt sich natürlich auch auf weitere verschiedene Werksformen sozusagen beziehen. Auf die Novelle zum Beispiel, wo wir dann eben ähnliche Aufbausformen vorfinden können. Allerdings haben wir meistens eben nicht diese Formen, die exakt gleich sind. Und deshalb müssen sich da sozusagen, muss man da immer individuell bewerten, inwiefern das Ganze vorliegt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr, wie gesagt, was zur gelehrten Tragödie hören möchtet, bleibt einfach dran. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr dem Video hier ein Like da lasst, und uns gerne ein Abo da lasst und einfach mal kommentiert, falls ihr noch weitere Vorschläge habt, was für Videos wir aufnehmen sollen. Das würde uns riesig motivieren und ist einfach super wichtig, damit der Kanal ein bisschen wachsen kann. Dann soll es das von uns heute gewesen sein. Guckt gerne in die Links in der Videobeschreibung und haut rein. Ciao. Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der gelehrten Tragödie aus dem Drama Faust 1 von Johann Wolfgang von Goethe. Wir wünschen euch viel Spaß in deinem Video. Let's go. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch nochmal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es, wie gesagt, um die gelehrten Tragödie gehen. Dabei stellen wir euch einmal kurz diese gesamten Inhalte, verschiedene Elemente von Faust 1 bzw. der gelehrten Tragödie aus Faust 1 knapp und präziser dar und beziehen das dann anschließend nochmal auf den pyramidalen Aufbau nach Gustav Freitag. Falls ihr nochmal eine nähere Erklärung zu Gustav Freitag bzw. diesen pyramidalen Aufbau braucht, dann bleibt einfach an diesem Video dran. Wir haben euch das Video da hinzugefügt. Ansonsten, let's go hier mit dem Video. Wir haben hier bei der gelehrten Tragödie ja sozusagen das Streben Faust, was der zentrale Ausgangspunkt ist, was ja auch zentraler Ausgangspunkt eben für die Wette zwischen Gott und Mephisto ist. Das Ganze wird dann eben später auf Faust angewendet. Und Faust strebt nach der absoluten Erkenntnis. Er möchte letztendlich alles wissen. Er möchte wissen, und das ist jetzt ein Zitat, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das ist eines der bekanntesten Zentate, die wir hier aus Faust 1 entnehmen konnten. Allerdings, und das deutet sich relativ früh an, ist das, was er anstrebt. Er hat ja sowohl Justerei, aber auch Medizin und verschiedene andere Kernelemente studiert. Hat sich mit Chemie, mit den Elementen beschäftigt. Hat sich aber auch mit Erdmaterialien beschäftigt. Aber er wird diese Erkenntnis nie erreichen. Und das ist eigentlich jedem Zuschauer bzw. jedem Leser von Anfang an klar. Doch eben wird in der Gelehrten-Tragödie dieses Streben beschrieben. Und dann letztendlich auch dieser Verlust des Strebens, dass er eben dieses Streben nicht umsetzen kann, beschrieben. Und dementsprechend ist es sozusagen ein Streben nach dem Göttlichen. Allerdings hat er die Begrenzung durch das Menschsein. Und das ist ganz entscheidend, wenn wir uns jetzt die Entgrenzungsversuche angucken. Denn die sind eben Hauptbestandteil der gelernten Tragödie und sind da sehr wichtig. Wir haben da bereits schon extra Video zugemacht, die nochmal etwas ausführlicher das Ganze erklären. Falls euch das interessiert, guckt da gerne auf unserem Kanal vorbei. Wir haben da bereits, wie gesagt, nochmal euch das Ganze sehr detailliert aufgefasst. Um das nochmal grob zu fassen, der erste Entgrenzungsversuch beheftigt sich ja mit dem Zeichen des Markokosmoses. Also den Lebenszugang, dem ihm da fehlt. Dementsprechend hat er das Problem, dass der Markokosmos einfach nicht zugänglich für ihn ist. Und ihm sozusagen der Lebensbezug fehlt. In dem zweiten Entgrenzungsversuch haben wir dann die Beschwörung des Erdgeists. Da hat er allerdings das Problem, dass das Ganze nicht stark genug wirkt. Und im dritten Entgrenzungsversuch, da haben wir dann den Selbstmordversuch. Das heißt, er sieht sozusagen als Finale einen Ausweg, nur noch die Entgrenzung durch seinen Tod, dass er sich sozusagen von der Welt flüchten kann und die Begrenzung des Menschseins eben aufheben kann, damit er das Streben nach dem Göttlichen erreichen kann. Allerdings wird das Ganze durch Nostalgie beendet. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zur Einordnung in den Pyramidalen Aufbau, den wir, wie gesagt, ganz grob vornehmen wollen. Allerdings natürlich durchaus beziehen wollen auf das Ganze, was wir hier sehen. Zunächst haben wir ja im Pyramidalen Aufbau, im ersten bzw. zweiten Akt, die Wette zwischen Faust und Mephisto bzw. zwischen Gott und Mephisto, die eben erst darum geht, dass die Menschen ihr Streben niemals aufgeben und bei Faust und Mephisto ja darum gehen, dass er sozusagen das Innerste der Welt erfahren soll und da im Gegenzug sozusagen sich sein Innerstes für Mephisto aufopfert, damit er die Wette gegen Gott gewinnen kann. Das sehen wir hier als steigerndes Moment. Dann haben wir innerhalb den ersten beiden Entgrenzungsversuche die Höhepunkte, die Peripathie innerhalb des Pyramidalen Aufbaus. Und mit der Hexenküche geht das Ganze dann seinem Ende zu der Entgrenzungsversuch, der Selbstmordversuch. Der dritte Entgrenzungsversuch, dem wir entsprechend deutet sich bereits an, dass die Gelehrtentragödie beendet werden wird. Letztendlich haben wir dann im finalen Akt, im fünften Akt, die Nostalgie bzw. dieses Osterfest, was wir ja letztendlich durch den Frust begründet sehen können, als Ausklang, als Katastrophe der vorliegenden Gelehrtentragödie eingeordnet. Dementsprechend die Gelehrtentragödie hier in Ostern bzw. durch den dritten Entgrenzungsversuch beendet, der eben auch scheitert und der Faust nochmal daran erinnert, dass er sich niemals, ja, die, sein Streben erfolgreich sein wird. Wir hoffen, wir haben euch das Ganze gut zusammengefasst und ihr habt einen groben Überblick über die Gelehrtentragödie bekommen. Wenn euch der pyramidale Aufbau nach Gustav Freitag noch interessiert, bleibt einfach an diesem Video dran, haben wir euch es noch hinzugefügt. Ansonsten soll es das gewesen sein mit diesem Video. Haut rein und ciao! Outro 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 Bis zum nächsten Mal.